Servus und hallo zu Utopia. Wie ihr vielleicht schon meine Stimme ein bisschen hört, bin noch immer etwas angeschlagen, aber muss jetzt das Audio für das Video aufnehmen. Am Anfang wieder ganz kurz was gibt es hier in diesem Video zu sehen. Nicht wirklich was tolles. Ein bisschen Fensterdeko habe ich glaube gemacht und ansonsten Terraforming einiges und ein paar Balken gebaut. Ein paar Bäume glaube ich auch und ein bisschen Wege. Es ist tatsächlich eher so eine Vorbereitungsfolge für die Hühle, die wo hier entsteht. Wenn man durch den Eingang des Themenbereichs durchgegangen ist, soll man erst mal in eine durch eine Höhle gehen, die dann auch sehr aufwendig gebaut worden ist. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Recht viel mehr gibt es hier in dieser Folge nicht zu sehen. Die Wiedergabegeschwindigkeit ist relativ hoch. Ich habe durchgehend auf siebenfache Geschwindigkeit gestellt. Einfach weil eben viel Terraforming dabei ist und im groben und ganzen langweilig. Aber auch ganz einfach deswegen, dass ich nicht so lange reden muss, weil meine Stimme angeschlagen ist. Es ist vielleicht ein bisschen lov und der eine oder andere sagt, ja was soll das, aber ist halt jetzt zu. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Dieses Mal habe ich keine Notizzettel, sondern einfach was man so einwillt. Wenn dieses Video rausgekommen ist, dann habt ihr schon gesehen, was in Super Meat Boy ein bisschen anders ist. Ich habe ja im letzten Video angekündigt, ab Dienstag werden die Folgen etwas anders. Von Dienstag viermal, also Dienstag bis Freitag. Freitag kommt dieses Video raus. Heute ist Dienstag. Es ist immer so viel zu denken mit Vorproduktion. Jedenfalls, wenn du dieses Video siehst, ist Super Meat Boy, die etwas anderem folgen, sind schon durch. Die vier Stück. Ihr könnt mir gerne Rückmeldungen dazu schreiben, was ihr davon gehalten habt. Super Meat Boy geht natürlich noch weiter. Das begleitet uns noch längere Zeit auf diesem Kanal. Ja, das dazu. Und was auch schon rausgekommen ist. Im letzten Video auch angesprochen, dass man der Hannibal ein mega spannendes Spiel zukommen hat lassen. Da ist das angespielt Video auch schon draußen. Heißt Hannibal ist schuld oder so. Einfach mal ansehen an dieser Stelle. Ist aber wirklich nichts für schwache Nerven. Es ist so unglaublich spannend. Die Spannung war kaum zu ertragen. Aber schaut euch das Video an. Nochmal danke an den Hannibal und eine weitere Ankündigung gibt es noch. Dhanibal hat man noch ein Spiel zukümmeln lassen. Allerdings kein Spiel. Ich gehe davon aus, hier hat man es nur ganz ganz kurz irgendwie angeschaut. Also nicht das Spiel, sondern so ein, ja das Gameplay, Gameplay Video dazu. Beziehungsweise die Steam Beschreibung. Ja, wie das Spiel heißt sage ich noch nicht. Es ist, glaube ich, so eine Art ernsthaftes Spiel. Da kommt auf alle Fälle ein angespielt Video. Je nachdem, wie es mir taucht kommt, vielleicht auch 2, 3, 4, 5 mehr folgen. Aber das muss man ansehen. Ja, das dazu kommt auch irgendwann. Und wenn du dieses Video siehst, heute am 18. kommt der neue MKP-Park raus. Den werde ich auf alle Fälle auch vorstellen. Ich versuche ihn zeitnah aufzunehmen. Ich hoffe, dass er morgen das Video dann schon bringen kann, am Samstag. Aber das auch nur kurz erwähnt. Ja, was gibt es denn sonst noch alles, über was ich reden könnte? Hm. Tempelaufnahmen fange ich demnächst damit an. Funcoaster musste ich mich sehr, sehr ärgern. Da war ein Gamebug, der mich wahnsinnig gemacht hat. Aber das seht ihr irgendwann mal, wenn die entsprechenden Videos herauskommen. Die Streamzuschauer wissen wir immer schon mehr. Ja, sonst gibt es hier auch nichts zu sagen. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich nur sagen soll. Wenn ihr Ideen habt, wie es beim Funcoaster weitergehen soll oder in Utopia hier weitergehen soll und ihr da totale super Ideen habt, bitte ab damit in die Kommentare oder auch so Rückmeldungen zu dem Real Talk Format, dass ihr halt einfach über irgendwas Quatsch, aber nicht über das, was gerade zu sehen ist bei Utopia. Auch gern in die Kommentare. Und an dieser Stelle nochmal, weil ja der Tempel demnächst weitergeht. Nochmal ganz dreiste Eigenwärmung. Bitte schaut euch das Special Video 100 zum Temple of Death mal an. Ist in der Temple of Death Playlist drin. Einfach mal schauen. Ja, ansonsten weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, was ich sagen soll. Die letzten paar Minuten lasse ich jetzt einfach unkommentiert. Am Ende gibt es dieses Mal keinen Lifetime, keinen Echtzeit-Part-Dingens. Ich sag Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.